Ich will aber nicht auf die Scheißen. Boah, wie lang kann ich denn die Scheißen? Die Scheißen aber gleich auf dich! Hier, du bekommst meine... Dive-Bomber als moralische Unterstützung oder sowas. Ja, schießt schön auf Stefan. Mach's gut. Seht er sich wieder so weg, dass sie wahrscheinlich an ihm vorbeigehen und alle mich treffen oder so. Oh Gott, ich geh jetzt schon wieder. Stefan und Kott. Alter! Als wär's abends nicht, Mann. Du bist so... Jetzt machen wir aufeinander zu. Oh Gott, ich kann aber... Block, block doch einfach! Block, block! Oh nein! Genius! Ihr seid so gut, ey. Ihr seid so gut, Mann. Ihr seid einfach die Besten. Highlight, ey. Hast du gerade irgendwie... Schönen Replay an oder sowas, Stefan? Ja, ich hab ein Twitch-Replay mal an. Ich muss davon mal ein Video an demanden.